So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Overwatch. Die Dudes sind schon im TS, wir decken mal rüber. So, wir haben da noch mal kurz eine Anmode gemacht, so ne? Ich müde mich dafür jetzt einfach immer, weil, keine Ahnung, irgendwie ist mir das zu blöd, wenn alle mit mir dabei zuhören. Okay. Wirst du professionell? Ja, ne? Wirst du ein Professioneller? Richtig Professioneller. Scheiße! Ich wollte Freddy blocken auf. Achso, okay, Connor hat's nicht gecheckt. Hey, was? Nix. Was seid ihr für Bobos, ey? Wer ist hier der Bobo? Mr. Professionelle? Hier, hier, anwesend. Hä, um was geht's euch? Was, was wollt ihr von mir? Anwesend. Anwesend, ja. Check man halt. Hallo. Da ist ein Bastion, der mich anguckt. Fick dich. Der Reiter wollte da, glaub ich, gerade rauschargen oder so. Da ist ein Bastion und ein Chobjorn, by the way. Alle sind, alle auf der einen Seite hier. Ja, der Bastion hat mich. Mr. Waffles. Hey! Außerdem, warum ist denn May mehr Braindead als Bastion? Erzähl mir das. Nicht als Bastion, aber die ist trotzdem super Braindead. Ja, da hab ich nicht gegen gesprochen, aber... Doch, die ganze Zeit. Die ist nicht Braindead. Die ist nicht so Braindead wie Bastion. Nee, das nicht. Und die McCree auch nicht. Ja, die ist schon mal als McCree. Der McCree muss immer noch aimen. Ja, mit der nicht, oder was? Nein, du musst grob in die Richtung halten. Alter, der Sniper-Shot nicht, oder was? Dann schießt du dir in den Kopf, man. Die können sich nicht bewegen. Was musst du denn da aimen? Bin ich eigentlich der einzige, der findet, dass Widowmaker mehr Movement, dass die beiden Sniper mehr Movement brauchen. Bin ich eigentlich der Meinung, dass die beiden Tanks mehr Leben brauchen. Ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Brauch mal den Bastion weg, bevor der mich turnet, danke für den. Wissen, ja. Ist okay. Ich häng hier irgendwie fest, ich komm hier nicht durch. Warum ist ein Turret? Achso. Ist doch noch ein Tor-Band irgendwo. Ja, der kommt vielleicht von links jetzt um die Ecke, das wär ziemlich scheiße. Okay. Na, es war ein Födi, Haul ihn kaputt. Ich würde nicht sagen, der hat das Follower-up gefehlt, aber... Hä? Ich war direkt neben dir, Junge. Okay. Du hast den zu uns geruchst? Bist du des Todes? Mmmh! Damit er nicht schießen kann, Mann. Wie, der kann nicht schießen ... tiny erstmalً. Ja ... Nein, der ist gest recipes James. In der Zeit, ja. Ja, aber danach tötet einfach alle. Ja, der macht natürlich den Kill, ne? Ficker. Easy. Man müsste, glaub ich, Champions... Ich hoffe, in dem Rank-Modus, der kommt, kann man Champions-Bunnen. Ich hab Bastion gestunnt. Ah, gut, deswegen natürlich ist es. Oh man, der wurde einfach gegengehealt, Leute. Und wo hab ich eigentlich meine Wutte hingeworfen? Bistens, irgendwo nach hinten, ins Waffel? Boah. Ins Waffel? Ins Waffel. Hey, der heißt jemand Mr. Waffels, ne? Schön. Also so falsch ist das nicht. Sag mal, Conrad mit der E von Widowmaker, diesem Gift-Ding, ne? Wie läuft das? Das aktiviert sich, sobald jemand da in der Nähe rumläuft. Mehr gibt's da nicht. Ja. Du gehst von alleine, oder was? Ja. Ich mach den Bastion weg. Wo ist denn der Bastion? Ja, wo? Die haben zwei Stücks, oder? Ich seh'n nicht. Ich frag' nur, wo der ist, Mann? Oh, der hat Ulti am Start. Ich hab den weggeblotzt. Gut. Wo ist die Farah? Ich seh' sie nicht. Ich muss gleich mal kutschen. Oben. Klasse. Oben. Was ist das für eine Angabe? Wie darf? Ja, die ist fast Farah nur selten oben. Ja, das ist echt so. Ah, von hinten wird mir eine gepaddelt. Ich bin tot. Ich wurde direkt hittet von Farah. Mann. Hä? Achso. Alter Ulti. Was? Das war... Der hätt' dich gehittet, Malze. Ich bin in den Weg von der scheiß Rocket gerannt. Danke, boah. Oh Mann. Ich hab' einen für dich eingesteckt. Das war auch schon so oft passiert. Das ist mir schon bei deinem Bruder-Maker passiert. Ey, ich hab' meinen anderen gezielt. Ich hab' meinen Kopf dazwischen gehalten. Leute, seid ihr da? Ich kann da ne Ulti draufhauen auf das Ding. Ich bin nicht da. Da ist trotzdem ne Ulti draufhauen. Das wär's schon recht. Okay. Ich bin tot. Also nicht ganz, aber dauert nicht lange. Ne. Wenn du so weiter rauchst. Hä? Von was hab ich getötet? Ne, okay. Von... Soldat. Ich dachte, ich wurde von dem Dings noch getötet. Hä? Auf der Killcam war ich doch noch alive. LOL. Ich bin auf der Killcam nicht gestorben. What the fuck? Oh fuck. Malte, ich hab dich übrigens 11 Dezibel lauter gemacht. Wow. Ja, ne? Du bist ein bisschen leiser. Ist mir egal. Ich, äh... Aaaaah. Piecher, die mich abballern. Zwei Stück davon an der Zahl. Alter, der sind überall welche. Lass mich. Okay. Lass sie einfach stehen und versucht sie nicht weiter pushen. Unsere Fähre hat es nicht geschafft. Er hat zwei Rockets auf den... ...den Tower geschossen und es nicht kaputt gegangen. Oder ist sie einfach weggegangen. Oh, der Tollvater. Muss sie weg. Muss sie weg! Danke für die Wall. Kein Problem. Meine Fässer. Was denn? Ich musste mich retten. Dann wäre schon getötet. Der andere Wäscher. Hey, die Pharah pusht hier Während ihr hinter den Linien seid Okay, der Dingsrein hat daneben geultet Hallo! Ich versuch die Pharah grad zu töten, Junge! Ich baller grad drauf! So, jetzt ist sie tot! Waren alle gerichtet, nicht nur im Dich Ja, ist klar! Mann Obbisch Oh, verdammt, oh, oh, oh Und wo kommt denn der? Ah, vorne Oh, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Der versuch mich zu töten Beziehungsweise Malte auch, glaube ich Ich vereise Menschen Der Sandfilter Ist vorbei, ist vorbei Ja, ist vorbei Ne, Verlängerung, oder nicht? Nein Die haben die ohne Grunde Nur wenn Leute am Payload stehen Ach, wir haben ja verteidigt, ich dachte, wir müssen anreifen Lamaaah Komm, gib mir ein Play of the Game Hallo, natürlich, zwei Vaes-Shots sind dabei, da kannst du ja nichts anderes erraten Das war doch noch der am Ende jetzt, oder? Ne Ne Das war dann nicht so ein anderer Das war der Move Oh Leute, bist du die ganze Zeit gedodget wie du da hinterher? Alter Ist der war hinten recht, ist der recht Handtreffer gewohnt 73% Ja, komm hier Komm Ich hab grad für meine Kills auch keinen bekommen Weißt du, mein Eberhalt, ich hooke den, dann ist er gestunnt Und dann machen wir den alle zusammen Alter, du hast ihn einfach Du hast ihn zu dir gezogen Ich hab mich hinter die Ecke verzogen, damit ich überhaupt nicht gesehen werde, ne? Widowmaker ist nicht sofort Ja, warum? Ja, weil ich sonst direkt tot bin, was passiert? Du ziehst ihn zu dir, ich bin direkt tot, weil du weg gehst Und ich dann... Yay, nur Scheiße gekriegt Danke dafür Ich hab nur Sprays Und vielleicht Da könnte man heulen, ne? Oh Mann Ich hab zwar einen Skin gekriegt, so eine Skinvariation, aber... Wissen Sie, was ich bei Reaper für ein Problem hab? Ne, bei Reaper, bei Fucking Soldier Der sprayt so krass aus der Entferne Der sprayt fast so krass wie Freddy, der alte Graffiti-Sprayer Der muss halt schießt mich mit einer Acker Der ist Leffer Nein, ich schießt aus der Entferne genauso Ich hab nicht das Gefühl, dass das ist Der muss einzelne Salven abgeben, über die lange Distanz Alter Die CSGO-Skills auspacken Nur der erste... Nur der erste Shot ist ein Headshot, Junge Du beide Acker Du hast den Trial-Roll Ich will's noch machen, so Ich will hier immer zuerst Pfarrer, weil man die so von der Klippe werfen kann Manchmal Ach, wir sind Attack... Ach so, ja, das ist kein Sinn Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Zarya Bin ich am Blackscreen, der ungewöhnlich lange ist Okay, jetzt Laserbeam McCree AFK AFK Ich geh auch nicht AFK, wenn du Mei spielst Neee Hier kriegst du ein Schild halt Aufplay die Stühle Dafür reicht's noch Für die Artillerie Ich würd schon mal, können Leute ins Gesicht sprühen Da steh ich drauf, Leute ins Gesicht zu sprühen Hm Alter, bestes Spray Das überdeck das einfach ganz Flaster 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 Es wird der infekt, mit der Werbe Diese kannst du deinen renate rüber den schild werfen fredy baller sie tot baller sie tot baller sie tot komm mach sie nass mach sie nass fredy ich warte ich bin tot fucking mccree fucking mccree die soldier ist auch nicht besser ach so by the way till wallhalla ich hab den skin auch gezogen cool sag das mal michael ja das wird witzig ich weiß nicht mal achtet halt nicht auf den boden in einem shooter achtet noch mal grundsätzlich nicht auf den boden nicht behaupten fredy du kriegst so viel damit ich kann nicht mal zu vollheilen das ist echt komm mal in das mal hinaus macht den ausfrieden kommen jetzt mal nass hier du wirst hier und alles andere nein ich feiern soll wenn ich trapp bin und wer unter ob er wohl nach sich das sollte er macht ich gehe den sneaky weg warum wir müssen jetzt mal so objektiv das macht unsere wälder mit katar krägern dran um erhalt zu werden Nein, ich hab verkackt! Ach Gott. Malte, du kannst da auch heran, wenn ich das schaffe. Ja, ich weiß, ich war dir hinterher. Ich wär fast hinterher gesprungen. Bis du gesagt hast, bis du gesagt hast, nein ich hab verkackt und dann hab ich's einfach sein gelassen. So, ich versuch das jetzt nochmal, bis ich schaffe. Ich hab's wieder verkackt. Ich bin wegen dieser verfliegten Kante gekommen. Oh feck, oh feck, oh feck. Hey nun, das hab ich gar nicht gehört diesmal. Ich nicht? Nee, irgendwie nicht. Okay, der hat auch nur mich gemacht. Ja, und dann wurde er am Ende gegen mir hier richtig unfair. Dann macht der Malte einfach mal einen Kill. Heilung? Heilung? Oh, ich bin tot. Komm, lebe. Danke. Okay, ich bin direkt wahrscheinlich wieder tot. Nee, nee, ist hinter dir. Ist hinter dir. Und das Ding auch gut. Dann noch sicherlich gern noch einen Theobion, Leute. Sogar wenn wir da nicht durchkommen. Gern ein Stück da hinten über dem Objective. Okay, ich komm jetzt mit Reinhard, Leute. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns, McQueen. Leute, Leute, Leute. Ich brauch Hilfe beim Junkrat. Ja, McQueen war hinter uns. Hinter uns. Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse diese Map. Ich glaube, es ist meine absolute Hass-Map. Mach gar nicht viel zu krass. Ich glaube, es liegt an McQueen. Was macht uns der Junkrat eigentlich die ganze Zeit? Hat die schon mal einer gesehen? Naja. Ist vorbei, ne? Ja, ist vorbei. Gar nichts vorbei. Noch gar nichts vor... Oh fuck. Einung, einung, einung. Hinter uns. Hinter uns, er war hinter uns. Ja, ich weiß. Boah. Juchler, Alter. Das ist scheiß grad. Zu Ende. Blup. Maaan. Pfff. Ahn aber, rup. Gut, dass du die Aufrunde... Die Aufrunde abgenommen hast. Ne, Runde aufgenommen hast. Ich habe diese Runde... Die Runde war so scheiße, da habe ich sogar glatt abgenommen, weil... Prozent das war das das war so scheiße der Superskill warte, der töte mich jetzt gleich auch noch, siehste? haben's alle drei umgebracht komm, Alter weil du eben gesagt hast, 21% ist ziemlich scheiße, kriegst du trotzdem ja, ist's auch egal, dann wirst du gucken und, äh, tschüss ne, nicht danke doch danke, fick dich Freddy tschüss